Gut durchgesetzt, gefährlich. Er schießt. Jetzt könnte dieses Finale entschieden sein. Sie sind mit zwei Toren vorne und sie sind so clever, das geben sie nicht mehr her. Kurz vor Schluss treffen sie hier nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.